Der Zweite Weltkrieg war für viele Spezialeinheiten Schauplatz unzähliger Kämpfe, in denen sie gemeinsam um den Sieg ihrer Armeen kämpften. Versteckte Scharfschützen mit tödlicher Zielgenauigkeit spielten darin eine zentrale Rolle. Mit ihrer Gelassenheit, dem Spezialtraining und präzisen Scharfschützengewehren waren sie imstande, die Geschichte zu verändern, allein durch Betätigen des Abzugs. Geil. Wie man hört, kennst du ein paar Mädchen von hier? Natürlich. Ah. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört.